so und damit willkommen zurück hier bei trials of mana wo waren wir denn stehen geblieben wir waren hier auf der insel und ich würde sagen dann gehen wir jetzt mal dahin wo wir hin sollen ich guck mal noch mal ganz kurz hier gegenstände feuer wasser wir hatten ja als letztes licht dann wird der licht ist als nächstes nicht kommen was ich mal machen werde ohne mich spoilern zu lassen ich schaue mir mal ich schaue mal ob ich die liste finde mit den boss namen und der ihrer schwäche so weil ich habe ja gesagt ich habe keinen bock darauf nicht jetzt zu sparen indem ich mir jetzt irgendwelche boss guides anschauen weil dann weiß ich ja schon wann und die auftauchen wie die aussagen diese machen das will ich gar nicht wissen einfach nur so eine liste mit dem namen in chronologischer reihenfolge und der schwäche fertig so der name ist für mich jetzt noch nicht großartig spoilerisch ich glaube ich habe hier irgendwo einen blöden kaktus vergessen es kann nicht sein dass hier kein kaktus ist kann einfach nicht sein aber ist mir auch egal jetzt mein gedächtnis ist jetzt auch ich weiß gar nicht welche elemente jetzt in letzter zeit alle dran waren also ich weiß wir hatten jetzt nicht licht bei dem den rollen und davor hatten wir also bei bei hier bill und ben hießen die bill und ben oder ben und will oder wie auch immer die hießen die zwei da die beiden ja gegen scheinbar gegen alles immun das ist das meine ich ja gar nicht sondern wir hatten auf jeden fall licht und wir hatten wasser erde hatten wir auch schon feuer ich weiß nicht ob wir schon feuer hatten also entweder ist der nächste feuer oder wind schätze ich mal hoffe ich mal oder was heißt hoffe ich mal ist mir eigentlich wurscht aber irgendwie so werde ich mich mal ausrüsten wir sind ja hier auf einer vulkaninsel da könnte es schon sein dass feuer als nächstes kommt oder halt eben nicht weil das einer ist der feuer austeilt aber das hat man gar nicht ich guck mal wovon ich am meisten sah ja gerade so aus ich bräuchte auf jeden fall irgendwo ein händler wo ich manchmal neue münzen und was die kubel den hatte jetzt die klingen freigestellt ist ja schon und dann wähle ich vielleicht da war ich nicht drinnen ernsthaft das ist ja kein wunder da ich den kaktus irgendwo übersehen habe da oben war ich auch nicht drinnen bestimmt war da oder hier der kaktus ich glaube also momentan habe ich von wind elementar zaubern am meisten jetzt sollte ich die dann erstmal auswählen aber doch lieber feuer oder beides am besten ich guck mal vielleicht kriegen wir wieder einen hint das wäre natürlich sehr praktisch das sollte eigentlich eigentlich muss es ja hin es kann ja nicht sein dass man diese spieler ja ok früher war das ja so es ist ja ein früher hattest du halt die games direkt mit spielberater da gab es ja direkt mit dazu wo die bosse drin standen und die komplett lösung quasi da können wir ja mal gucken was 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 braucht wer was braucht ich habe mal überlegt eigentlich müsste es ja immerhin zu geben damit man zumindest die chance hat die auch zu besiegen aber so egal genug gequatscht was was da 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 Die Targa spielen auch noch eine Rolle, oh Gott. Oh nein! Die kennen wir ja auch noch! Die kleinen Drachen! Küste, ne? Was? Nur auf solche Sachen zu sehen. Wieso? Mhm. Crimson Wizard! Crimson Wizard! Das ist jetzt schön. Äh, was ist los hier? Warum hält der sich hier aus? Ha, 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 ha! Ja! Und mit dem, Peace has returned! Ja, ja. Was ist das für eine komische Musik? Das ist der kleine Drachen, der da war, ja? Den hatten wir ja auch bei Secret of Mana, aber das ist ja auch ein Boss. Unter anderem. Da frage ich mich, ob das jetzt hier auch so ist, ob das der nächste Boss ist. Wäre ja cool. Nö, oder? Oh. Scheinbar nicht. Ähm. Hä? Oh, das mit der Zeit, ne? Ähm. Ich wollte von mir hier. 1000 W. Okay, ich muss da raus und dann vermute ich irgendwo anders wieder rein. Hello! Schaut mal hier! Ihr alten Arschkrampen! Ihr alten Arschkrampen! Quabbel? Ich kenne Quabbel, aber keine Quabbel! Wann ist man wer? Ah, hier! Uh, Durexel! Komm her! So! Easy peasy! Easy peasy, cheesy! Jetzt sind wir hier oben. Trühchen. Ach, die Kelche, ne? Also diese Kälte hier. Jetzt sind wir hier unten. Hallo. Oh, wer ist das denn? Kugel? Tomatoman? Hör mal, wir waren doch gerade bei deinen Kollegen und die waren ganz nett. Vielleicht hört er mal auf, um es abzugreifen. Nein, ich weiß gar nicht, was an dem Tomatig sein soll. Das finde ich überhaupt nichts Tomatig. Kreizig. Aber für einen einzigen, das ist natürlich wieder... Finde. Fledder Moose, mach mal jetzt. Fledder Moose gibt's jetzt hier. Fledder Moose. Und warum ist es hier die ganze Zeit am Vibrieren? Am Beben? Ich krieg einen Drehwurm. Drehwurm incoming. Kreizig. Oh, die hören sich aber echt süß an, muss ich sagen. Ach, da kommt die Gina extra raus. Achso. Lustig. Ich finde die schon süß. Weißt du, ich... Ein Goldsachen sagen, sehr nice. Und ich dachte, ich würde ein bisschen aufholen, dass bei mir jetzt das Level schneller steigt. Aber nein, es steigt genauso schnell. Ich bin jetzt die ganze Zeit ein Level hinterher. That is not fair. Ich bin jetzt die ganze Zeit. We Francis, if you fight together. Next. Next. Come on. Na los. So, was haben wir hier? Wieso kann ich die nicht hoch? Ich verstehe nicht, warum ich kein Kackes mehr finde. Ich kann hier nicht... Come on! Was ist das? Warte mal! Aha, jetzt gibt es hier mehrere Wege. Von da kam ich, dann guck ich einmal hier da. Ja, das möchten wir natürlich hier nicht. Wie lebt da noch einer? Eigentlich nicht. Wer tut ihm so? Och, Mann, ich dachte jetzt hier, versteckt eine neue Waffe oder irgendwas. Neuer Helm, nö. Natürlich nicht. So, wo gehe ich hier lang? Erstmal hier, oder? Oh, die Gruppe auch noch. Yes! Na also, geht doch! Geht doch! Wer kriegt denn jetzt? Stahlarm-Schutz? Hebt Feuerangriffe auf. Der macht's, ja. Oh! Hebt Verstummungsangriffe auf. Dann nehme ich den doch hier. Und sie könnte jetzt den, oder? Wind, ah ne, okay. Der geht zwei runter. Dann, äh, lassen wir das erstmal so. Häschen, ey. Oh! Na komm. Na los. No. Pum. Guck mal mal auf. So, muss ich nochmal hier eben gucken. Wer? Wer ist denn jetzt hier aufgeteilt? Wie soll das denn? Die tauchen wieder einfach so auf. Nee, nee, nee. Okay. Oh. Da sind noch viele. Ist hier ein Nest oder was? Guck mal, wie der nur einer erwischt, wie der mich verwirrt. So blöd. So. Mhm. Ich bin aufgestanden, na, aufgestanden. Ich verstehe. Kommt her. Noch eine? Ist ja das schön. Oh, das wird keiner. Das gibt's aber nicht. Crosscut. Ach so. Was? Was heißt hier? Idiot. So, ich war dabei, hier die Säbel freizuschalten. Blitz und Stein haben wir schon. Blitz. Äh, ja. Zwei bekommt sie. Das ist schon mal sehr gut. Und... Da haben wir jetzt neun. Selbstheilung. Ausdauer. Ja, hier soll ich vielleicht auch mal ein bisschen nach oben bringen. Nein. War nicht fertig. Ohne so kleine ist eigentlich hier noch Ausdauer dazugekommen. Ausdauer-Treffer-Punkte. Da waren wir jetzt schon ganz oben. Auto-TP-Heilung. Eigentlich auch gut. Und... Hm. Ich quäse mich. Machen wir das mal hier, ne? Knappe Sache zwei. Ich guck mal, muss ich die ausrüsten? Hat die irgendwer? Hat keiner. Lassen wir das erst mal. Weiter geht's. Was? Da war ich ein bisschen angeschlagen. Das scheint hier auch ein bisschen größer zu sein. Oh, hallo, hallo. Die hier. Oh, nicht. Sehr schön, jetzt kriegen wir hier fast nur noch die guten Samen. Oh, oh. Nein, ich hab noch nichts ausgewählt. Wer ist das? Wer bist du? Ich bin Malokio. In accordance mit der Prophezie, heralding his Dark Majesty's Triumph, ich bin hier, um Ende deine Leben zu Ende. Es ist vorgelegt, dass du dich beschränkt his Majesty's plans für diesen Räumen. Red Eyes? Du musst sein der Mann, der Traitor in Bizer erwähnt. Gib mir zurück, mein Bruder, Elliot. Oh, Sekunde. Huh? There is no need for you to know the minutia of our plan. After all, you will not leave here intact. This active volcano will soon bury you all alive! Oh no, it's erupting right on top of us. Now what? We're out of options. Oh, what is that? Wait, are you helping us? Oh, what is that? Oh, what is that? And as the hero came about the rest of the Manistons. Oh, what is that? Oh, what is happening here? So an Scheiß. Ich gucke, ich wollte es jetzt auch nicht abbrechen. Warum sind wir denn jetzt hier? Wie kommt das? Ich glaube, das muss ich mir selber nochmal angucken. Ähm, ich muss mir eben schauen. Die sind... Äh, Sekunde mal. Ich habe denn jetzt noch angucken. Vielen Dank.